Frau Bundeskanzlerin, die Führung, das haben Sie angesichts des Putschversuchs auch gesagt, in der Türkei ist ganz klar demokratisch gewählt. Das ist das eine. Auf der anderen Seite haben kurdische Abgeordnete ihre Immunität verloren. Tausende Bedienstete des Staates wurden inhaftiert. Von Pressefreiheit keine Spur. Meine Frage an Sie, verdient der heutige türkische Staat ohne Einschränkung die Kennzeichnung Demokratie? Wir haben es mit verschiedenen Entwicklungen in der Türkei zu tun und ich glaube, es war richtig und wichtig und wird auch mit Recht von der türkischen Führung erwartet, dass wir den Putsch verurteilt haben. Stellen Sie sich einmal vor, wir sind hier im Gelände des Deutschen Bundestages. Unsere eigene Armee hätte... Frau Bundeskanzlerin, das ist völlig klar. Ich möchte es trotzdem noch einmal ausführen. Unsere eigene Armee hätte sozusagen das Parlament bombardiert. Und dann gibt es auf der anderen Seite Dinge, die sprechen wir an, die kritisieren wir. Ich bin sehr froh, dass der türkische Präsident jetzt auch zusammen mit dem Europarat darüber reden wird, wie werden die Menschen, die jetzt im Gefängnis sitzen, behandelt. Wir sprechen mit der Türkei über Rechtsstaatlichkeit. Und ich gebe jetzt hier keine Zensuren ab, aber es gibt immer wieder Gespräche, die darauf hindeuten, dass wir über das, was wir auch als Defizit sehen in der Demokratie, in der Türkei, ansprechen. Ich glaube nur, das Gespräch ist wichtig und auch immer wieder das Treffen mit der Türkei. Wenn man nicht miteinander spricht, sondern immer übereinander spricht, dann führt das in allermeisten Fällen in der Diplomatie zu keinen besonders guten Ergebnissen. Sie haben sehr geschickt jetzt die Frage, ob Demokratie oder nicht umgangen. Aber ich würde auf eine andere Frage gerne kommen. Sie hatten von den türkischstämmigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Deutschland ein hohes Maß an Loyalität zu diesem Land erwartet. Seitdem rätseln viele, wo sehen Sie das Defizit? Und wie sollten die Deutsch-Türken diese Loyalität denn zeigen zu diesem Land? Um nochmal zur letzten Frage zu kommen, die Tatsache, dass wir immer wieder Dinge ansprechen, deutet ja darauf hin, dass nach unseren Vorstellungen der Demokratie wir nicht mit allem einverstanden sind, das ist ja ganz klar. Was die Loyalität anbelangt, derer, die mit türkischen Wurzeln schon sehr lange hier leben, geht es mir erstens darum, dass die Konflikte, die es in der Türkei gibt, nicht vorrangig jetzt nach Deutschland getragen werden, sondern dass diejenigen, die viele Jahre schon hier leben, vielleicht auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben, sich in die Entwicklung unseres Landes mit einbringen, auch wenn sie es möchten, sind sie dazu jedenfalls herzlich willkommen. Ich kann niemanden verpflichten, wie ich auch keinen, der schon über viele Generationen in Deutschland lebt, sich mit einbringen, verpflichten kann, sich mit einzubringen. Und ich sage immer wieder, ich bin auch deren Bundeskanzlerin. Und das Bekenntnis, finde ich, ist wichtig. Und wenn das auch erwidert wird durch Engagement für unser Land und nicht durch das Hereintragen von Konflikten aus der Türkei nach Deutschland, dann ist das gut.